Wow, also geht es jetzt weiter in den Jungle. In den Jungle? Nein, es geht weiter ins, oder? Ne, es geht jetzt mal in den Jungle. Das Haus kommt erst danach, glaube ich. Ja. Der Jungle. Der Jungel. So, jetzt bin ich bestimmt auch wieder dabei. Wait. Oh, wieder umplünen? Ja, wieder umplünen. Alles klar. Pro Stage kriegst du ein anderes Outfit. Oh, was ist denn jetzt los? Ist noch eine kleine Szene. Ja. Buh. Ja, total erschreckt, Alter. Äh, Geister. Fellas? Die Freunde oder sowas, ne? Äh, die wir in den Zirkus trainiert haben? Also, seid ihr? Nö. Dafür waren wir zu beschäftigt. Pluto. Was für Pluto? Der hat Angst. Oh. Oder so. Ich gehst nur die Hälfte. Und verloren ist er auch. Oh. Äh, was haben sie mir erzählt? Er soll sich mit wem wo treffen? Ja, mit dir. Ja? Auf der anderen Seite des Jewels beim Heim. Ja, dann Action. Safari Outfit. Hm. Du kriegst für jedes Level anderes Outfit. Cool. Das finde ich eigentlich schlechter. Danke. Scheiße, danke. Und danke fürs Aufpassen auf Pluto. Action. Ich glaube, mein Safari Outfit war rosa. Okay. Wirst du wahrscheinlich, wenn ich sie endlich zu Ende startrücken kann. Aber vielleicht... Du kannst startrücken. Kriege ich das gar nicht. Guck mal, ich bin auch im Alten. Okay. Was ist denn jetzt los? Das ist drollig. Mal scheißen. Hm. Da kannst du dich ranhängen da um. Ach so, mit deinem Haken. Nee. Ich kann die... Nee, ich muss nichts drücken. Was? Ich hab jetzt unten gar nicht aufgepasst. Du hast ihm irgendwas abgesaugt. Ja, die Blätter. Okay. Und da kannst du halt so... Ich brauche den eigentlich auch, den Anzug. Wo krieg ich denn jetzt diesen Anzug her? Ja, keine Ahnung. Ich kann es jetzt hier aufnehmen, wenn ich... Das ist schlecht. Du, aber... Nee, ich kann dir noch einsaugen. In dem Anzug hier kann ich dich nicht besiegen. Ich kann sie nur betäuben mit dem Raufspringer, aber ich kann sie ja nicht aufnehmen und wegwerfen oder sowas. Ich glaube, das ist echt scheiße hier. Aber da oben nicht noch Energie für den Sauger, warum auch immer. Mit Energie wird niemand passiert, was voll. Ja, brauche ich nicht. Ja, nee, kannst du auch nicht, weil Y werfen und so konntest... Oder kannst du nur, wenn du... Kann auch so hast, ja? Genau. So, und ich muss jetzt hier... Ah, das hat auch so ein Kletterfunktion. Ah, ja. Dann hüpfe ich mal schnell weiter, bevor du mit dem Sauger nicht hochkommst. Ah, das ist doch echt schlecht. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich weiß auch noch nicht so richtig. Klar, komm ich nicht an. Also schon, aber... Geh weg. Yeah. Boah, ich mach das hier auch nochmal, wa? Wie komme ich dann da jetzt hoch? Es ist eine sehr gute Frage. Kannst du irgendwie mit Select oder so den Anzug wechseln? Oder andere Tasten? Nee, warte. Oder LR? Ja, auf LR kann ich... Ah. Jetzt könnte ich den Sauger wieder nehmen. Ah. Das heißt, man kann den Wechsel in dem Spiel. Und wie... Ah. Ah, ah. Und wie, ah. Wusste ich doch, meinst du's kurz an. Scheiße, deine Kralle hat sogar auch eine Schleife. Ja, na klar. Oh, ist das schlecht. Und du kommst auf Gläub bis auf Stöckelschuhen im Dschungel. Macht voll Sinn. Ja, klar. Hauptsache tussig, ey. Äh, was? Ja, wir brauchen die Haken zum Hin- und Herschwingen. Da kommt jetzt eine Schildkröte. So, jetzt, Bär. Yes. Ja, Kröte, was willst du? Ja, die schlendert jetzt hier so lang. Ich glaube, erstmal hier. Oder? Weiß ich nicht. Ähm. Ja. Ja, was hat sich weh? Ich hab's ja gemerkt. Scheiße, ich bin schon wieder tot. Oh, du bist ja... War schon wieder im Auge. Du machst das schon. Eintreff hab ich da gut ja schon verpasst. Ja, wir sind gesehen, ne? Ja. Kann ich so jetzt rauf? Äh, jetzt kannst du. Wenn sie ganz draußen ist. Und jetzt musst du halt perlenden ausweichen, bis sie das wieder macht. Gott, das kann sich ein bisschen ziehen. Ich trink mal einen Schluck. Ja, äh. Ah, das hat mich auch erwischt, aber hier war noch ein bisschen. Oh, ne, ich glaub, das schaffe ich nicht mehr. Ne. Ähm. Der Sauger bringt wahrscheinlich gar nichts bei den Kieler. Ne, ne. Ich glaube auch nicht. Ach, das ist doch bescheuert. Geil ist, du kannst unten ins Wasser reinspringen und schwimmen. Aber wenn er ein bisschen Wasser spritzt, tut das weh. Was soll's, nicht drüber nachdenken. Go, Pony, go. Oh. Oh. Du, doofes Ding. Das man die auch nur einmal treffen kann, ne? Ja, ist ein bisschen blöd. So ein paar mehr mal drauf springen, wäre schon, wäre schon gut. Die haben halt diese kurze Unverwundbarkeitsdauer, genau, wie wir selbst auch immer getroffen werden, ne? Ja. So, jetzt am Rand. Irgendwo, egal welche Seite. Ja, bleib jetzt erstmal hier so. Nee, ist jetzt guter gehofft. Deswegen sag ich doch an Rand. Ja, aber ich kann ja dann hier so raufspringen. Ach so, ich bin ganz nichts. Ich hätte mich einfach ganz rechts an reingestellt. Jetzt müsste ich wieder einen Raken hängen. Oh. Oh, super. Ja, das ist ja nicht schlimm, wenn du da raufspringsst, ist ja nur der Panzer. Ja! Geil, Pony! Voll gut! Jetzt darfst du bestimmt mal wieder rein ins Spiel. Äh, nee, steht nur noch weh. Wie lange musst du dann erwarten? Ja, jetzt kommt wahrscheinlich noch so ein komischer Abspann oder so. Nee, jetzt, dann geht's. Ja, da bin ich. Was ist das noch in der Schnecke? Ist das da oben? Ich glaube, eine Schnecke, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Erst sind Schnecken. Ja, doch ist ein Schnecken. So, ja, okay. Kackt die jetzt? Oh, die Stacheln. Kackt die jetzt? Ja, man weiß nicht jetzt, die hat mich so hingehängt. Du kannst raufspringen und dann Haken. Vorsicht, die kommt komisch. Oh, Schlange. Ist das nicht K von einem Schungelbuch oder eine Tür? Keine Ahnung. Ich bin mal durchgegangen. Geil. Ich muss einen goldenen Haken. Da kannst du dich ranhängen. Ja, wie denn? Achso. Dann hänge ich mal. Nee, so kann ich nicht hängen. Einfach gegen gehen? Ja, oh. Oh. Oh, jetzt hast du viel. Ist okay. Oh, es tut mir leid. Dann wissen wir jetzt wenigstens, was da drin ist. Wenn du jetzt mal eine goldene Box kommt, dann kriege ich die. Die wechseln wir uns dann halt ab, ne? Ja, na klar. Ist dann nicht schlimm jetzt. Ladies first halt, ne? Mmh. Jungle Man. Tülle, du kennst mich doch. Deswegen bist du so irritiert, ne? Bitte? Ich sag, du kennst mich doch. Deswegen bist du doch so irritiert. Ja. Denn eigentlich kennt man das nicht. Nein, nein, wir werden mal hier nichts sagen. Kack, schlack. Ja, du. Ja, ich muss warten hier. Schnecke kommen gleich wieder. Kack, schlack. Ich hab sie runter. Bäm. So, nu? Wie kommen wir dann da jetzt hoch? Ah, hier ranhängen. Ja, genau. Pilze. Vorsicht. Knack. Flughörnchen. Ja. Ich geh mal in die Richtung her. Flughörnchen. Ich wollte auch aufspringen. Oh, warte ich den Haken. Zack, nu? Oder kam ich leider jetzt nicht an? Ne, das ist nicht ungeil. Was muss man hier? Ja, das funktioniert. Okay, komm rüber, warte. Bäm. Yeah. Oh, gut. Ja, gleich weiter. Oh nein. Wieso ist er denn jetzt abgerutscht, der Schmau? Ah, Flughörnchen. Flughörnchen, na? Zack. Das ist alles im Wald. Das ist gefährlich im Dschungel. Yeah. Du kommst nicht weiter, wenn ich nicht mitkomme. Oder wenn ich gesagt habe, dich nicht gestorben, oder was? Ja. Na, das ist ja toll. Alter, wie viele Hörnchen sind denn? Leck mir doch eine Füße. Wenn ich noch einmal getroffen werde, bin ich erst mal weg. Das wäre schlecht. Was? Ja, komm hier. Weg. Ja, schnell weg. Oh. 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 Oh, nein, 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 nein. Aber nein. Na. Scheiß Hörnchen. Ja, bloß durch. Wir haben es. Du warst hier der. Ja, haben wir abstillt wenigstens. Nimmt übertrieben mit, warum auch immer. Ja. Oh, Fussgasse. Ja, wie lange denn noch eigentlich? Alter, wieso? Wir sind beide weg. Ladies first. Da oben, kannst du da wieder dran ziehen, wenn wir da ankämen. Ja, wir kommen da irgendwie an, aber. Hä? Die Frage ist, wie kommst du denn dann da um die Ecke, weil Spider-Man kannst du nicht sein. Nee. Nee. Nee, du kannst doch kommen springen, oder? Weiß ja auch nicht. Dann scheiß drauf. Auf mich raus springen kannst du ja auch nicht. Nö. 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 Und hier rüber? Ach man, das ne, von da schaffen wir das nicht. Nee, du stößt dir den Dürz, wenn du von dem ausfassest abzuspringen. Ja, auch wenn wir nicht so hoch springen, von dem anderen aus, da. Oh, da habe ich keine Ahnung. Ja. Diese Fuh hört ja auch nicht aggressiv. Aber hier kommst du rauf. Ups. Was bringt uns das? Das war kein Mensch. Er wird eine Plattform. Geil. Eine schöne Aussicht von da oben. Ja, das ist ein Traum. Wieso? Lauf, 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 rechts weg, schnell, schnell. Schnell? Ja, da bin ich wieder. Ach ja. Nie was passiert. Dann wirst du da wieder. Ah, der Idiot, da hat keiner mitgekriegt. Nächster Boss. Blätter tun bestimmt weh. Der wirft mit Orangen. Mit Orangen? Ist doch ein Affe. Nicht von Banana? Nein. Also... Ich glaube, das sind Nüsse, oder? Ich bin jetzt... Nee, das ist scheiße, dass du jetzt... Ja. Warst du bei dem anderen Gegner? Ja! Wie soll ich denn da so schnell weg? Jetzt. Bups. Die Mäuse sind voll lahmarschig. Hm, das stimmt allerdings. Dann musst du aufpassen. Ja! Hast du schon geschafft. Zufällig. Ja. Komm runter, du Schmuck. Du kriegst jetzt ein Paar. Das... Ja. Es zieht sich ein bisschen. Mhm. Ja. Wann soll man denn rauf springen auf die Paner? Wenn er vom... Ähm... Jetzt... Wenn er... Ähm... Ja, genau. Ja, genau jetzt. So, jetzt rüttelt er wieder am Baum. Am Bäumchen. Schatten werden schön. Alter! Aber siehst du mal, wie so die Wahrnehmung von einem Kind ist, ne? Ich weiß nicht, wie alt ich da jetzt war. Ja. Wie ich das gespürt habe. Weil ich dachte immer, das wären Orangen gewesen. Okay, so gut. Hast du es durchgezogen? Ja, klar. Wermals. Klar. Gucken, der wird immer röter. Ah, oh. Rote? Röter. Rötestes. Rötestes, ja. Oh. Voll gut. Voll gut. Voll gut. Du bist richtig der Profi. Ich sag dir, dass ich werde noch zu allem. Guck, guck. Der Dusche hat er. Ja. Und dann? Ah, da kommt er jetzt vielleicht raus. Ja. Anpupsen. Habe ich dich schon 20 mal getroffen und bist du nicht tot? Ja, das ist... Zack. Ja. Thunblätter eigentlich weh. Ich will da irgendwie nicht gegenspringen. Bitte? Thunblätter weh, bestimmt, ne? Ne. Okay. Hätte man die einsaugen können, ne? Ich glaube, einer kann tatsächlich mit dem Sauger arbeiten und... Aber ne, du kannst ja mit dem Sauger kannst du ja nicht... Kannst du die Dinger ja nicht wieder ausspucken. Ne, stimmt, ja. Da kriegst du nur Münzen für. Ja. Schon wieder allein. Ja. Weil ich wieder not im Play bin. Hm. Nicht, dass es jetzt zur Gewohnheit wird. Ja, ich glaube auch. Ja. So klappt das nicht, wenn du mir zum Lachen singst. Doch, du hättest jetzt anfangen können. Ja. Toll, danke. Du machst mich nervös. Great sex mystery together. Ja, ich bin das Pony. Great to hear. Hi, ich bin Pony. Ich heiße euch ganz recht herzlich zurück auf diesem Kanal. Boah, wie ist die Zuche. Ich bin Meu, bei der Beziehung von Ganz du Programswives ist nochاشst similar